In beinahe jedem privaten Haushalt in Deutschland findet sich in der Regel in der heutigen Zeit ein klassischer Staubsauger. Jedoch gibt es auch Menschen, denen liegt die Sauberkeit in ihrem Haushalt besonders am Herzen, weshalb diese sich bewusst einen Nass-Trockensauger oder sogar ein kabelloses Akku-Nass-Trockensauger kaufen. Ein solcher Sauger, der vielen wohl eher unter dem Begriff Wassersauger, Wasserstaubsauger oder Industriesauger bekannt sein wird, ist ideal dafür geeignet nicht nur Staub und Schmutz jeglicher Art aufzusaugen, sondern auch Wasser und andere Flüssigkeiten aufzunehmen. Um noch mehr Freiheit bei der Hausarbeit zu haben, können Sie wie bereits erwähnt sogar Akku-Nass-Trockensauger kaufen und somit sich ohne kabelfreiem Haushalt im Garten oder in der Werkstatt umherbewegen. Somit beschäftigen wir uns heute mit dem Einhell TEVS 1810-Trockensauger und finden heraus, ob der Trockensauger sein Geld wert ist. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Der Einhell-Akku-Nass-Trockensauger TEVC 1810-Lisolo beseitigt kabellos und ungebunden Staub, Schmutz und sogar Flüssigkeiten. Ob in Heim, Werkstatt, im Keller oder in der Garage. Der multifunktionelle Mehrzwecksauger gehört zur pfiffigen Power-Exchange-Familie. Alle Akkus der Systemreihe können untereinander ausgetauscht werden. Der Auffangbehälter hat ein Volumen von 10 Litern und damit Platz auch für ausdauernde Einsätze. Dabei machen die ergonomische Bauform und der Tragegriff für einen einfachen Transport den Einsatz aufwenderfreundlich. Ob auf Fließenteppich oder anderen Böden, der Sauger ist vielfältig einsetzbar. Ob für Nass- oder Trockensaugen, beides ist möglich. Der Blasanschluss dient zum Aufblasen schwer zugänglicher Stellen. Bequem lässt sich das enthaltene Zubehör direkt am Gerät verstauen. Im Nu ist der Behälter entleert dank der Schnellverschlüsse. Dabei ist der Motor leise laufend und ermöglicht angenehmes, ruhiges Arbeiten. Für die bequeme Ein-Handbedienung sorgt der intelligent platzierte Ein- und Ausschalter. Zum Ausstattungsumfang gehören ein aufziehbarer Schlauch mit einer Gesamtlänge von 2 Metern, 2 in 1 Fugen Bürstendüse und 2 in 1 Polster Universaldüse, Schaumstofffilter zur Verwendung beim Nasssaugen sowie ein Schmutzfangsack. Nicht im Lieferumfang enthalten sind Akku und Ladegeräte. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bei weiteren Fragen findet ihr in der Videobeschreibung den zugehörigen Produktlink. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.